Wir haben uns ja schon mit den Belegen auseinandergesetzt, dass Petrus in Rom war und dass Petrus der erste Bischof von Rom und somit der erste Papst der Kirchengeschichte war. In diesem Beitrag wollen wir das Gegenteilige tun, wir wollen uns mit den Argumenten dagegen beschäftigen und wollen die gewichtigsten Gründe überprüfen, ob sie denn auch wirklich standhaft sind oder ob wir weiterhin davon ausgehen können, dass die patristischen Notizen und die Einsetzungsworte Jesu im Neuen Testament für Petrus binden sind. So wird zum Beispiel gesagt, Jesus habe das griechische Wort Petras gemeint oder Petras gesagt und Petras, diese weibliche Form, würde ja nur einen sehr kleinen Stein, einen kleinen Felsen meinen. Und ja, Petra quasi ist ja kein, ist ja quasi das weibliche Geschlecht und meint einen kleinen Felsen und der Felsblock sei das Bekenntnis und nicht Petrus. Das bedeutet, Jesus habe nur gesagt, du bist nur ein kleiner Stein, aber auf diesem gewaltigen Bekenntnis, das dir mein Vater offenbart, der Felsblock, werde ich meine Kirche aufbauen. Somit habe Jesus nicht gesagt, geh und übernimm meine Kirche. Ja, doch das Problem bei dieser, bei diesem Einwand ist, dass es keinen Unterschied zwischen den griechischen Wörtern Petros und Petra gibt. Der einzige Unterschied, ja, Petros und Petra würden bedeuten im Frühgriechischen kleiner Stern oder großer Fels, ja, doch diese Unterscheidung, die bezieht sich weitestgehend oder beschränkt sich weitestgehend, besser gesagt, auf Poesie. Es gibt also einen poetischen Unterschied, aber es gibt keinen Bedeutungsunterschied zwischen den beiden griechischen Wörtern Petros und Petra. Außerdem wissen wir aus Johannes 1,42, dass der aramäisch, ursprünglich aramäischsprachige Jesus, tatsächlich Simon das aramäische Wort für Fels verlieh. Das gleiche haben wir bezeugt in 1. Korinther 15,3-8, nämlich Kephas. Und die syrische Übersetzung der Bibel aus dem 5. Jahrhundert, die Peshitta, verwendet dasselbe Wort, ja. Und somit ist dieses Argument schwach. Die Formulierung Jesu, ja, die soll zudem in Matthäus 16,18 deutlich machen, ja, dass wir sagen können, wenn Petrus der Fels sei in Matthäus 16,18, dann hätte Matthäus in dem Vers beide Male die männliche Form des griechischen Wortes Fels oder Petros verwendet. Aber im griechischen, wie auch in anderen Sprachen, bedeutet die Tatsache, dass ein Substantiv männlich oder weiblich ist, nicht, dass die betreffende Sache männlich oder weiblich ist, ja. Sie sind nicht verwandt. Das griechische Wort für Männlichkeit ist beispielsweise Andrea, was eigentlich ein weibliches Substantiv ist, ja. Dies ändert sich, wenn man Substantive für die Namen von Personen verwendet, ja. Das griechische unterscheidet zwischen Petros und Petra, nur weil es versucht, das Wortspiel zu bewahren und im griechischen könnte das weibliche Wort Petra nicht gut als männlicher Name dienen. Es gibt also keinen Grund, warum Matthäus das spezifische Wort Petros in diesem Vers zweimal verwendet hätte und was er verwendet hat, vermittelt perfekt die Botschaft Jesu, dass die Kirche auf Simon gebaut werden würde, der jetzt Fels oder Petros genannt wird. Jesus, der in Matthäus 16,21 nur ein paar Verse später sagt, ja, nur ein paar Verse später den Papst verunglimpfen solle, ja. Er sagt den Jüngern, ich muss nach Jerusalem gehen, das ist meine Mission, hingehen und mich für die Vergebung der Sünden töten lassen. Und in Vers 22 nahm Petrus quasi ihn beiseite und sagt, oh nein, das bist du nicht. Aber Jesus wandte sich an Petrus und sagte, ja, geh weg von mir, Satan, du bist ein Stolperstein für mich, denn du konzentrierst dich nicht auf die Interessen Gottes, sondern auf die Interessen der Menschen, ja. Und Petrus vertrat hierbei die traditionelle jüdische Ansicht, dass der Messias eher siegen als leiden würde und so korrigierte ihm Jesus in diesem Punkt. Tatsächlich musste Jesus Petrus oft zurechtweisen, denn in diesem Moment sprach Petrus, wie er es oft tat, für alle Apostel und wurde somit zum Führer der gesamten Kirche. Die herausragende Stellung Petri unter den Jüngern oder in der frühchristlichen Gemeinschaft zu leugnen, ist eine Leugnung der Beweise, ja. Das sagt sogar der protestantische Gelehrte Albright, ja. Das Interesse an den Fehlern und Schwankungen des Petrus schmälert die Vorrangstellung nicht, sondern unterstreicht sie vielmehr. Wäre Petrus eine geringere Figur gewesen, hätte sein Verhalten weitaus weniger Konsequenzen gehabt. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass sich die Heilige Schrift so sehr auf die Erfolge und Misserfolge des Petrus konzentriert, liegt daran, dass Petrus eine so zentrale Rolle im Leben der frühen Kirche spielt. Außerdem schwingt hier immer wieder mit dieses Missverständnis der Unfehlbarkeit des Papstes. Denn nochmals, das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes besagt nicht, ich betone ausdrücklich nicht, dass der Papst in allem, was er tut und sagt, unfehlbar ist, sondern, dass wenn er verbindlich eine von allen Glaubenskongregationen innerhalb der römisch-katholischen Kirche und vom Kardinalstikasterium zweifellos als richtig bestätigte und ausdiskutierte Lehre und ein Dogma vom Sitz Petri, vom Apostolischen Stuhl aus, tatsächlich verkündet, dass das dann etwas ist, wo der Papst als unfehlbarer Mensch spricht im Heiligen Geiste. Nichts, dass der Papst an sich immer unfehlbar sei. Trotzdem heißt es natürlich, dass dieser Kirchenführer eine mit Ehre und mit dem Heiligen Geist besonders erfüllte Person ist. Aber der Papst, der muss ja zum Beispiel auch seine Sünden bekennen und ein Sühnegebet verrichten. Das zeigt ja schon, dass das ein Missverständnis mit der Unfehlbarkeit des Papstes ist, wenn man sagt, der Papst sei in allem unfehlbar und quasi wie Gott. Das ist nicht das, was die katholische Kirche lehrt. Jesus identifiziert auch, wer der Größte im Königreich ist. In Matthäus 18 kamen die Jünger und fragen, naja, wer ist am wichtigsten? Warum sollten sie das fragen, wenn sie wüssten, dass Petrus der Größte im Königreich war? Wenn er der Papst wäre, wäre er der Größte. Diese Frage muss man nicht stellen. Erstens hatten die Jünger nicht einmal ein vollständiges Verständnis der messianischen Mission Jesu. Daher wäre es keine Überraschung, wenn sie die Rolle des Petrus im künftigen Königreich des neuen Bundes möglicherweise nicht vollständig verstehen konnten. Auch das muss zunächst einmal klar gesagt werden. Zweitens sagt Jesus, dass unter ihnen der Größte sein wird. Und dann würden wir erwarten, wenn diese Position zum Papsttum richtig wäre, ja, es gibt ja keinen Größten, sondern ihr seid alle irgendwie gleichrangig, dass Jesus sagt, unter euch gibt es keine Größten, denn ihr seid alle gleichermaßen Hirten meiner Herde oder so ähnlich. Stattdessen deutete Jesus an, dass er seinen Größten geben würde und dieser als Diener aller handeln müsse. Deshalb nennen sich Päpste seit dem 6. Jahrhundert auf Lateinisch Diener der Diener Gottes. In der Parallelpassage in Lukas 22 beginnt Jesus damit, über den Größten unter den Aposteln zu sprechen und geht dann sofort zu einem Gespräch mit Petrus über, in dem er sagt, obwohl Satan hinter allen Aposteln Herr war, Jesus ausdrücklich darum gebetet hat, dass der Glaube des Petrus nicht scheitern möge. Und dass es die Aufgabe von Petrus war, seine Brüder zu stärken, weil er der Anführer der Apostel ist. Jesus würde auch beschreiben, dass der, dass der, wer der Größte im Königreich ist und dass es nichts das Papsttum ist. Denn Jesus sagt ihnen, wer sich wie ein Kind demütigt, ist der Größte im Königreich, ja, und der Größte im Königreich, der ist somit der Bescheidenste, ja. Aber die Päpste seien ja die Pompösesten, ja, und dass, dass ja gerade dieses Prunkvolle am Papst ja das widerlegen würde, ja. Man kann aber erhaben sein und dennoch demütig sein. In Philippa 2, 9-10 heißt es, Gott hat ihn erhöht. Jesus und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, dass sich vor dem Namen Jesu alle Knie beugen sollen. Jesus sagte zu den Aposteln, wie mein Vater mir ein Königreich gegeben hat, so habe ich auch für euch bestimmt, dass ihr an meinem Tisch in meinem Königreich essen und trinken und auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten könnt. Bescheidenheit hängt nicht davon ab, wie man gekleidet ist oder welche Stellung man im Leben einnimmt. Es kommt aus dem Herzenswunsch, Gott und nicht sich selbst zu verherrlichen, ja. Papst Franziskus ist gerade ein hervorragendes Beispiel für diese Demut, wenn man die einfache Wohnung, in der er so lebt und die einfache päpstliche Kleidung, die er trägt, betrachtet, obwohl er einen so wichtigen Platz in der Kirche Christi einnimmt. Die ganze Angelegenheit, in der Gott dreimal geleugnet wurde, sei ja nicht sehr päpstlich und nicht angemessen für den heiligen Vater. Aber nochmal, Päpste sind nicht perfekt, das schmälert aber nicht ihre Stellung in der Kirche Christi. Tatsächlich wurde die Verleugnung Jesu durch Petrus für Jesus zu einer Gelegenheit, dem heiligen Petrus offiziell die kirchliche Autorität zu übertragen. Deshalb fragte Jesus Petrus in Johannes 21,3 mal, ob er ihn liebe. Und dann bat Jesus Petrus, seine Lämmer zu weiden, seine Schafe zu hüten. Und da muss ganz klar gesagt werden, obwohl die drei Bekenntnisse der Liebe es ihm ermöglichen, einen Teil des Schadens der drei Verleugnungen zu mildern, fungieren sie in erster Linie als Gewehr für die drei pastoralen Verantwortlichkeiten. Lämmer zu weiden, Schafe zu hüten und Schafe zu weiden. Jesus hat nicht so sehr versucht, Petrus dazu zu bringen, seine Verleumdung dreimal zurückzunehmen. Und noch weniger wollte er ihr erneut vor den anderen Jüngern in Verlegenheit bringen. Vielmehr ist es das, was Petrus in der Zukunft erwartet, was Jesus dazu veranlasst, seine Bindung zu ihm wie nie zuvor zu stärken. Nur in Johannes 21,15-17, wo die Ernennung Petri zum Hirten durch den auferstandenen Herrn beschrieben wird, scheint die ganze Kirche als Wirkungskreis im Blick gewesen zu sein. Dann muss gesagt werden, Paulus hat ja Petrus in Galater Kapitel 2 zurechtgewiesen. Und naja, in diesem Falle, da handelte Petrus ja feige, was für ihn nicht ungewöhnlich war, denn er wollte die Judenchristen nicht beleidigen, indem er mit den Heidenchristen speiste. Deshalb rief ihn der heilige Paulus wegen dieses Verhaltens zur Rede. Aber Petrus und Paulus waren sich theologisch immer noch einig. Paulus tadelt Petrus nur, weil dieser gegen seine Überzeugungen gehandelt hat. Auch im Zusammenhang mit dem Galaterbrief weist Paulus den Vorrang zurück, dass er nur predigt, was die Menschen hören wollen, weil er offenbar ein Menschenliebhaber sei. Paulus sagt stattdessen, dass seine Botschaft von Gott kam, nicht von Menschen, und dass es ihm egal sei, wen er dabei zurechtweisen müsse. Er sagte Petrus ins Gesicht, dass er falsch lag. Das wäre, als würde man zu einem Mitarbeiter im Bundeskanzleramt oder im Weißen Haus sagen, man sei nur ein Ja-Sager. Man sagt zu allem Ja und Amen. Daraufhin sagt der Mitarbeiter, ich sage den Leuten immer, wenn sie falsch liegen. Und dem Präsidenten oder dem Kanzler sogar gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat. Das schmälert nicht die Autorität des Präsidenten. Stattdessen betont der Mitarbeiter, dass er andere Menschen zur Rechenschaft zieht, selbst wenn sie die höchsten Autoritätspersonen innehaben. Und das gilt auch für Paulus und Petrus. Wenn man zum Beispiel, der Papst hat ja auch seine Berater. Das schmälert doch nicht die Autorität des Papstes. Wenn er einmal etwas Falsches macht, wie gesagt, dann kann darauf hingewiesen werden. Und dann kann man quasi den Papst selbst nochmal dazu bringen, etwas zu überdenken. Aber da geht es eben nicht darum, um diese Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er eben eine allmächtige Lehreentscheidung verkündet. Darum geht es ja in diesem Moment überhaupt nicht. Petrus soll sich auch nicht als Papst identifiziert haben, als er sich selbst als Leibeigner und Mitältester bezeichnet hat. Petrus oder irgendjemanden sonst nannte man im ersten Jahrhundert nie Heiliger Vater oder Stammapostel oder Bischof von Rom oder sonst irgendetwas. Doch, naja, man muss ganz klar sagen, 1. Petrus, Kapitel 5, da fordert Petrus die anderen Ältesten in der Kirche auf, demütig zu sein. Er schreibt, bekleidet euch gegenseitig mit Demut. Jeder Papst ist ein Priester, daher widerlegt es seine Autorität nicht, sich selbst als Mitpriester zu bezeichnen, während er sich an andere Priester wendet, ebenso wenig wie der Präsident seine Autorität nicht widerlegt, wenn er so etwas sagt wie meine amerikanischen Mitbürger oder wenn der Kanzler sagt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dann identifiziert er sich selbst als Bürger, weil er ja trotzdem noch ein Bürger ist. Paulus bezeichnete sich in 1. Korinther 3,5 auch als Diakon und sagte in Epheser 3,8, dass er der geringste aller Heiligen sei. Das widerlegt aber nicht die Autorität des heiligen Paulus. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass Petrus eine Hauptrolle spielt. In Matthäus 10,2 heißt es, die Namen der zwölf Apostel sind zuerst und dann kommt Simon, der Petrus heißt. Das bedeutet, hier wird vom Anführer der Gruppe gesprochen. Petrus scheute angeblich den Gedanken, Herrlichkeit zu empfangen. Apostelgeschichte Kapitel 3. Kein Christ, nicht einmal der Papst, kann jemanden aus eigener Kraft heilen. Nur Gott kann das tun. Wenn Petrus sagt, er könne aus eigener Kraft nicht heilen, dann muss ganz klar gesagt werden. Petrus demonstriert seine Demut, indem er Gott die Ehre gibt, was wir vom Stellvertreter Christi erwarten würden. Außerdem zeigen Apostelgeschichte 2 und 3 die Rolle Petri in der frühen Kirche, indem er die ersten apostolischen Predigten hält, die tausende von Menschen bekehren. Das bedeutet, Petrus war unbestrittener Anführer der jungen Kirche. Petrus verstand, was der Stein ist. 1. Petrus 2. Es ist nach Petrus benannt, siehe, ich liege in Zion. Er zitiert einen alttestamentlichen Text. Ein erlesener Stein, ein kostbarer Eckstein. Und wer an diesen Stein glaubt, wird nicht enttäuscht werden. Dieser kostbare Wert ist also auch für euch, die ihr glaubt, aber für diejenigen, die ungläubig sind, der Stein, den die Bauleute verwarfen. Nicht Petrus, sondern Jesus wurde hier zum Eckstein. Petrus wusste, wer das Fundament und der Eckstein war. Und was predigte Petrus, selbst wenn Jesus Petrus als den Felsen bezeichnete, dass das Fundament der Kirche die Lehre der Apostel über Christus sei. Und Paulus bestätigt, dass in Epheser Kapitel 2, Jesus ist der Eckstein, nicht Petrus. Doch Symbole können mehr als eine Bedeutung haben. Insbesondere, wenn sie in verschiedenen Schriften verwendet werden. In der Bibel heißt es zum Beispiel, dass Christus das Fundament der Kirche ist. In Epheser 2, 20 heißt es aber auch, dass die Kirche auf dem Fundament der Apostel gebaut ist. Und in 1. Timotheus 3, 15 heißt es, dass die Kirche das Fundament ist und die Grundlage der Wahrheit. Es besteht also kein Widerspruch darin, dass Petrus der Fels ist, auf dem die Kirche gebaut ist, und Christus der Eckstein des neuen Bundesgottes. Jede menschliche Autorität in der Kirche wurzelt letztlich in der Autorität Christi über die Kirche. Paulus macht in 1. Korinther 3 auch zweifellos deutlich, wer das Fundament ist. Nach der Gnade Gottes, die mir als weiser Baumeister gegeben wurde, habe ich, ja, hat er gehandelt. Und er sagt ganz klar, dass das Jesus Christus sei. In 1. Korinther 3 befasst sich Paulus mit Fraktionen in der korinthischen Kirche. Die ultimative Loyalität mancher Menschen galt demjenigen, der sie getauft oder ihre örtliche Kirche gegründet hat. Aber Paulus sagt ihnen, denn obwohl Eifersucht und Streit unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und benehmt euch wie gewöhnliche Menschen. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und ein anderer, ich gehöre zu Apollos, seid ihr dann nicht nur Menschen. Wer pflanzt und wer bewässert ist gleich und jeder erhält seinen Lohn entsprechend seiner Arbeit. Die Tatsache, dass Christus das ultimative Fundament der Kirche ist, bedeutet dabei nicht, dass es der Kirche an einer auf Christus aufgebauten Hierarchie mangelt. Der heilige Paulus erkennt beispielsweise an, dass einige der Apostel mehr Autorität haben als alle anderen. Er tut dies, wenn er die heiligen Petrus, Jakobus und Johannes als die Säulen der Kirche bezeichnet. In 1. Korinther 9, 5 sagt er, dass er und Barnabas das Recht auf materielle und persönliche Unterstützung bei ihrer Mission haben. In diesem Fall ordnet Paulus den Menschen also von geringerer zu größerer Autorität zu und geht von den anderen Aposteln zu den Brüdern, dem Herrn und schließlich zu demjenigen mit der höchsten Autoritätsposition. Und wenn wir auch ansehen, Paulus hat sich an die Korinther gewandt und hat ja die Korinther nicht nur bloße leere Phrasen zu ihnen geredet, sondern er hat vor allem eines gemacht, er hat sie für vieles kritisiert. Auch für vieles kritisiert, was eben falsch lief. Naja, und diese Liste umfasst ja auch Petrus selbst. Wenn Petrus gelobt werden würde, seine eigenen Anhänger hatte und seine eigene Kirche bauen würde, warum ermahnt dann Paulus die Korinther, Menschen anzubeten, keine Menschen anzubeten? Ja, im ersten Korintherbrief Kapitel 1, Verse 10 bis 12 sagt Paulus dabei, ich appelliere an euch Brüder im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einig seid und dass es unter euch keine Meinungsverschiedenheiten gibt, sondern dass ihr einig seid. Ja, und ja, ich habe die gleiche Gesinnung und das gleiche Urteil, denn die Leute haben mir berichtet, dass es unter euch, meine Brüder, Streit gibt. Was ich meine ist, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus oder ich gehöre zu Apollos, aber es muss heißen, ich gehöre zu Christus. Nun, man muss ganz klar sagen, wenn es falsch ist zu sagen, wir folgen Petrus als dem Führer der Kirche, dann wäre es auch falsch zu sagen, wir folgen Christus als dem Führer der Kirche, wenn wir uns dabei auf das stützen, was Paulus in diesem Teil des ersten Korintherbriefes sagt. Zu sagen, man gehöre zu Petrus, ist dabei genauso schlimm zu sagen, man gehöre zu Christus, wenn man damit sagen will, dass man den Leib Christi spalten will, aber wenn man anerkennt, dass der Leib Christi wirklich ein Leib mit verschiedenen Gliedern ist, die unterschiedlichen Zwecken dienen, dann ist es nicht falsch, die unterschiedlichen Rollen anzukennen, die jedes Mitglied des Leibes Christi erfüllt. Das alte Testament identifizierte den Felsen zudem als göttlich und nicht als menschlich. In einem Psalm, da heißt es, ich liebe dich, o Herr, meine Stärke, der Herr ist mein Fels und meine Festung, und mein Befreier, mein Gott, mein Fels, zu dem ich Zuflucht nehme, und der sonst ein Fels ist. Und der Herr lebt und gesegnet sei mein Fels und gepriesen sei der Gott meines Heils. Und Jesaja spricht dabei dieses Felsbrocken-Thema auch an. Und deshalb sagt Gott, der Herr, siehe, ich lege in Sion einen Stein, einen geprüften Stein. Aber hierbei wird er nicht über Petrus prophezeit, sondern er wird über sein Fundament prophezeit, dem Messias. Auch hier können aber Symbole in der Heiligen Schrift mehrere Bedeutungen haben. Beispielsweise beschränkt das alte Testament das Symbol eines Felsens nicht allein auf Gott. In Jesaja 51,1-2 heißt es, die ihr den Herrn sucht, schaut auf den Felsen, aus dem ihr gehauen wurdet, und auf den Steinbruch, aus dem ihr gegraben wurdet. Schaut auf Abraham, deinen Vater, und auf Sarah, die dich geboren hat. Hier haben wir also einen Fall, in dem der Patriarch Abraham als ein Fels bezeichnet wird, aus dem das jüdische Volk geschnitzt wurde. Das zeigt, dass die Felsmetapher sowohl auf Gott als auch auf Menschen angewendet werden kann. Noch erstaunlicher ist, dass Jesaja 22,22 eine direkte Parallele zu Matthäus 16,18 aufweist. Gott spricht durch den Propheten Jesaja und sagt, ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen. Ja, er wird öffnen und niemand wird schließen, und er wird schließen und niemand wird öffnen. Diese Struktur verwendet Jesus, um in Matthäus 16,19 über den heiligen Petrus zu sagen, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Und alles, was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein, und was auch immer auf Erden du löst, wird gelöst sein im Himmel. Und da geht es einfach darum, den Kontext dieser einzelnen Schriftstellen zu beachten. Und natürlich gibt es den Felsen der Kirche, der Messias, Jesus Christus ist ja in seinem Leib, die Kirche ist ja ein Leib, der Leib Christi. Aber diese Kirche hat eben ein Oberhaupt, das quasi darauf aufpasst, dass die Kirche bei der gesunden Tradition bleibt, bei der Heiligen Schrift bleibt, bei Gottes Wort bleibt. Die frühe Kirche ehrte die Lehren der Apostel, aber auch nicht die Apostel selbst. Sie widmeten sich ständig mit großen, ja, sie widmeten sich den Aposteln, aber sie lobten sie für ihre Lehren, aber nicht sie selbst. In der Apostelgeschichte Kapitel 5, Verse 12 bis 15 heißt es, Und mehr denn je schlossen sich dem Herrn Scharen von Gläubigen an, sowohl Männer als auch Frauen, sodass sie sogar die Kranken auf die Straße trugen und sie auf Betten und Pritschen legten, damit, als Petrus vorbeikam, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fielen. Auch heute noch hoffen die Menschen normalerweise nicht, dass der Schatten des Papstes sie von Krankheiten heilt. Hier geht es eindeutig darum, die Apostel aufgrund der Autorität zu ehren, die Christus ihnen gegeben hat. Auch die bischöfliche Mitra, ja, Hüte, sind nicht notwendig, dass jemand als Träger der Autorität Christi geehrt wird. Christus selbst sagt in Lukas 10, 16 über die Apostel, Wer euch hört, hört mich, ja, und Ignatius von Antiochia schreibt, Ihr seid dem Bischof untertan wie Jesus Christus. Daher ist es notwendig, dass das, was ihr tatsächlich tut, ohne den Bischof, tut ihr nichts. Und da muss gesagt werden, ja, es gibt ja auch das Schweigen, da muss man ja immer wieder sagen, beim Schweigen, da kommt es ganz darauf an, würden wir ein historisches Schweigen über einen gewissen Umstand erwarten oder nicht. Es gibt sicher Dinge, bei denen könnte man das, wie zum Beispiel, dass die Ägypter nichts über den Exodus geschrieben haben, aber hier, warum, wenn Jesus auf den Papst anspielen würde, ja, warum haben wir keine Verse darüber, die ein so wichtiges Amt beschreiben, ja. Vor seiner Himmelfahrt forderte Jesus aber niemanden auf, etwas aufzuschreiben. Wir sehen keinen Hinweis darauf, dass die Autorität für zukünftige Gläubige eine Sammlung bestimmter Schriften sein wird. Während wir also sehen, dass Jesus den Aposteln Autorität verleiht und sagt, dass sie auf Thronen sitzen und die Stämme Israels richten werden und dass Petrus das Amt des obersten Verwalters innehaben wird, sehen wir nichts Vergleichbares, wenn es um die Heilige Schrift und den Neuen Bund geht. Wenn dieses Argument aus dem Schweigen heraus bewahrt wird, ja, dann muss ganz klar gesagt werden, wenn beim Argument für die Autorität der Schrift Ausnahmen gemacht werden, dann schließt dies auch die dauerhafte apostolische Autorität ein, die auf den Beweisen basiert, die wir im Neuen Testament und in der frühen Kirche haben. Deshalb sagte Clemens von Rom im ersten Jahrhundert, unsere Apostel wussten auch durch unseren Herrn Jesus Christus, dass es Streit geben würde wegen des Amts des Episkopats oder des Bischofs. Ja, da sie darüber vollkommen im Voraus gewusst hatten, ernannten sie die bereits erwähnten, ja, Schatzmeister der Kirche und gaben anschließend die Anweisung, dass, wenn diese Leute entschlafen würden, andere anerkannte Männer ihnen in ihrem Amt nachfolgen sollten. Paulus definiert auch nur zwei Ämter in der Kirche, ja, Älteste und Diakon, nicht Päpste und Kardinale. Naja, aber Paulus spricht über Diakone, Älteste und vor allem Bischöfe. Paulus muss das Amt des Papstes nicht darlegen, da der Papst ein Ältester oder ein Bischof ist. Im ersten Jahrhundert waren die Bezeichnungen dieser Ämter teilweise austauschbar. Bis zum zweiten Jahrhundert herrscht ein klarer Konsens darüber, dass sie unterschiedlich sind und die Bischöfe die Ältesten beaufsichtigen, insbesondere indem sie dafür sorgen, dass die Bischöfe die Rolle übernehmen, die den Aposteln vorbehalten war. Wir können dies daran erkennen, dass der heilige Jakobus diese Rolle als Apostel und Bischof von Jerusalem innehat, wo das Konzil von Jerusalem abgehalten wurde. Dann, Jesus betrachtete sich selbst als den Fels und seine Lehren als das Fundament der Kirche, Matthäus 7. Und das kommt auch in Matthäus 16. Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, kann mit einem weißen Mann verglichen werden, der sein Haus auf diesem Felsen baute und auf diesem Fundament. In diesem Fall ist der Stein aber nur ein Stein. Jesus sagt, sei wie ein kluger Mensch und nicht wie ein dummer Mensch, auch wenn der Felsen ein Symbol für Christus oder seine Worte ist. Auch hier können Symbole, wie bereits gezeigt, mehrere Bedeutungen haben. Nur weil Jesus in einem Teil der Heiligen Schrift als Fels bezeichnet wird, wie zum Beispiel 1. Korinther 11, 26, schmälert das nicht das Fundament der Kirche auf Petrus. Das bedeutet aber auch nicht, dass Petrus damit wichtiger wird als Jesus, sondern, dass die Kirche ein Leib ist, und zwar der Leib Christi und seine Glieder. Seine Glieder wir sind, die wir ihm dienen und die wir die Menschen mit dem Evangelium bedienen. Aber wichtig ist eben dabei auch ganz klar eine Sache, dass das Haupt ausgemacht wird vom Leiter der Kirche, der darauf aufpasst, dass der Leib Christi, ja, dass dem quasi nicht Gewalt angetan wird, sozusagen. Naja, und das übernimmt halt der Papst. Dann wird gesagt, Jesus kämpfte nicht bis zum Tod gegen eine Form des Legalismus, die Pharisäer, um eine andere, schlimmere Gruppe von Herrschern, die Päpste an ihre Stelle zu setzen. Das Problem Jesu mit den Pharisäern waren aber nicht ihre Leeregeln, sondern ihre Heuchelei. Er sagte in Matthäus 23, die Schriftgelehrten und die Pharisäer sitzen auf dem Stuhl Moses. Also übt und beachtet, was sie euch sagen, aber nicht, was sie tun, denn sie predigen, praktizieren aber nicht. Jesus erkannte also die rechtmäßige Autorität der Pharisäer im Gesetz an, beziehungsweise des Gesetzes an. Er warnte die Menschen nur davor, dass die Pharisäer ihrer eigenen Lehren nicht gerecht wurden, also sollte man sie nicht nachahmen. Und das ist in der gesamten Kirchengeschichte passiert. Aber das schlechte Verhalten eines Einzelnen macht nicht die rechtmäßige Autorität, die Jesus den Aposteln und seinen Nachfolgern gab, zunichte. Und ja, dann muss auch ganz klar gesagt werden, nur weil Protestanten oder irgendwer sagt, der Papst sei ein Antichrist. Ja, das muss auch ganz klar gesagt werden, der Antichrist, das haben wir ja auch schon gesehen, der wird ganz anders beschrieben und das kann auch nicht der Papst sein. Ja, denn der Papst, wie Papst Franziskus tut, tut jetzt in diesem Sinne nicht ständig irgendwelche Wunder und Papst Franziskus kommt auch nicht auf die Idee, irgendeinen materiellen Kult oder irgendwelche Symboliken auf die Stirn oder auf die Hand zu malen, um seine Treue zu sich bekennen zu lassen oder Sonstiges. Man denke auch nur darüber nach, was das Amt des Papsttums theologisch angeblich ausgeheckt hat. So heißt es oftmals. Ablässe, Mariologie und eine sündige Frau, wie Maria heißt es, in den nahen oder göttlichen Status zu erheben, zu heiligen, zu beten und Jesus erneut auf dem Altar zu opfern. Warum in aller Welt sollte man also glauben, dass das Amt des Papsttums schon seit Petrus rein war, wenn dieses System Heresie erfunden hat? Doch das sagt alles nichts über die Legitimität des Papsttums aus, weil es einfach eine vollkommene Fehleinschätzung ist und weil es einfach sachlich falsch ist. Mariologie, sündige Frau. Da haben wir ja schon etwas, was mit Kirchengeschichte überhaupt nicht vereinbar ist. An die Immaculata, und das habe ich bereits gezeigt, glaubte die frühe Kirche. Die frühe Kirche glaubte daran, dass Eva uns in den Sündenfall stürzte. Eva, die sündige Jungfrau, doch die gläubige, treue Jungfrau Maria, die uns eben den neuen Bund einläutete und uns vor dem Sündenfall bewahrte, indem sie uns Jesus Christus geboren hat. Und dass Maria zum Beispiel durch den Gruß des Erzengels Gabriels besondere Ehre zuteil wird und das ganz klar gesagt wird, dass sie erfüllt ist mit der Gnade des Heiligen Geistes. Vollkommen. Das tut sein Übriges und die ganzen kirchengeschichtlichen Quellen, die ich da noch zitiert habe. Dann Gebet zu Heiligen, Gebet zu Maria, Gebet zur Göttin Maria. Auch das vollkommen falsch. Maria wird nicht als Göttin verehrt. Heilige werden nicht als Götter verehrt. Heilige werden nicht angebetet. Anbetung empfängt lediglich Gott. Wenn man Heilige anruft, dann bittet man sie um etwas. Das ist ungefähr so, als würde man einen gewissen Mitarbeiter des Bundeskanzlers anrufen und sagen, naja, du, ich kenne dich ja persönlich, setz dich mal beim Kanzler für das und das ein. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man die Autorität des Kanzlers kleinreden möchte. Das bedeutet, es geht darum, dass man Heilige bittet, dass sie in ihrer Reinheit vor Gott für unser Anliegen einstehen. Das ist eine persönliche Kommunikation und keine Anbetung. Maria wird nicht angebetet. Maria wird verehrt in dem Sinne, als wir verehren, was Gott aus ihr gemacht hat durch den Heiligen Geist, der mit ihr war. Auch das also falsch. Dann Jesus immer wieder opfern, auch falsch. Wir feiern die Eucharistie, wir feiern das letzte Abendmahl, um daran zu erinnern, wie Jesus Christus uns erlöst hat. Und dann nehmen wir den Leib Christi auf. Wir essen den Leib Christi nicht, indem wir von einem Stück Fleisch abbeißen, sondern wir nehmen Anteil am bereits himmlisch verklärten Leib. Wir opfern ihn somit nicht, sondern wir erinnern an die Eucharistie, an das letzte Abendmahl und an den neuen Bund und nehmen das bereits geheiligte und im Himmel verklärte Blut um den Leib Christi an und ein. Dann wird gesagt, dann wird gesagt, Jesus würde seine Kirche nicht auf einer Institution aufbauen, die eine blutige Geschichte habe. Aber selbst wenn die von Katholiken ausgeübte Gewalt jetzt genommen wird, Gewalt von Protestanten gibt es doch auch. Bedeutet das dann, dass wir die protestantische Religion ablehnen sollen? Das hat ja nichts mit dem Glauben zu tun. Das hat auch nichts mit der römisch-katholischen Kirche zu tun. Dann kommen wieder die Kreuzzüge. Was hat Papst Urban II. gemacht? Er hat den Juden und Christen die in Jerusalem verzweifelt um Hilfe schrien, geholfen, indem er Menschen gesandt hat, die von den aggressiven Invasoren des Islam sie befreiten. Das hat er gemacht. Und Inquisition großenteils nicht an Hexenverbrennungen beteiligt, sogar Menschen, Frauen, die als Hexen bezeichnet wurden, gerettet. Klagen abgewiesen. Also wir haben uns ja bereits damit beschäftigt, mit den großen Mythen, dass das mit der ach so bösen und schlimmen katholischen Kirche und der blutigen Kirchengeschichte, dass das halt einfach ein Bild ist, das einfach als Zerrbild gesagt wird. Und was bewirkt das Abendamt des Papsttums? Ein letztes Argument, das wir heute besprechen wollen. Es würde Jesus seiner Herrlichkeit berauben. Gott teilt seine göttliche Herrlichkeit mit niemandem, aber Katholiken verherrlichen weder den Papst noch irgendeine andere menschliche Person. Gott teilt jedoch seine Arbeit zur Rettung von Seelen mit uns. 1. Korinther 3, 9 Hebräer 13, 17 Wer sind also die Führer, die Gott uns gegeben hat? Ist es irgendjemand, irgendein Christ, der sich Pastor nennt, oder aber ist es jemand, der als Nachfolger der Apostel, des Apostels Petrus tatsächlich gelten kann? Das bedeutet, Christen verehren nicht den Papst, Christen beten nicht den Papst an. Der Heilige Vater dient einzig und allein dazu, die Tradition der Kirche aufrecht zu erhalten, die Gläubigen zu organisieren in einer Einheit, von der in Galater 3, 28 auch geredet wird. Das bedeutet, niemand betet den Papst an, der Papst ist lediglich dazu da, die Kirche in ihrem Auftrag des Dienstes Christi zu unterstützen. In diesem Sinne, einige wichtigen Argumente gegen das Pontifikat, schon gleich gar nicht gegen das historische Pontifikat Petri, das früh bezeugt ist, im Neuen Testament, genauso wie in den Früh, in der frühen Kirchengeschichte.